Heute früh, nach guter Schlaf, in der Nacht bin ich wieder aufgewacht. Ich setzte mich an den Frühstückstisch, der Kaffee war warm, die Semmel war frisch. Ich habe die Morgenzeitung gelesen, es sind wieder Avancements gewesen. Ich trat ans Fenster, ich sah hinunter, es trabte wieder, es klingelte munter. Eine Schürze beim Schlechtern hing überm Stuhl. Kleine Mädchen gingen nach der Schule, alles war freundlich, alles war nett. Aber wenn ich weiter geschlafen hätt und zähd von allen, denen nicht wissen, wird es mir fehlen, würd ich's vermissen.